Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Kuppdolge-Kanal. Heute auch wieder mit den wichtigsten Themen aus dem Kuppdolge-Space, unter anderem im News- und Chartpart Ethereum. Erstmals aber direkt nach dem Intro im On-Chain-Data-Part mit Finn. Dieser spricht über den Maya Multiple und danach nochmal über den Realized Profit Loss Ratio. Das Ganze ist sehr relevant für die Bodenfindung, dafür auf jeden Fall einmal dranbleiben. Danach, wie gesagt, Liam mit Ethereum im Chartpart. Dieser spricht über die wichtigsten Price-Targets und natürlich auch Chart-Pattern, die ihr auf jeden Fall im Auge behalten solltet und ganz am Ende nochmal mit mir. Wir reden über das Ethereum Shanghai Update. Hierbei soll erstmals die Möglichkeit, gelockte Ethereum freizuschalten, implementiert werden, sowie weiterhin an der Skalierbarkeit gearbeitet werden. Wenn euch das ganze Video am Ende gefallen hat, lasst uns auch auf jeden Fall mal bitte ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Wir laden jeden Tag bis 14 Uhr Content hoch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und alle Leute, die uns unterstützen wollen, jetzt bitte einmal einen freundlichen Kommentar, die Kommentare, dass das Video hier wirklich voll in den Algorithmus abgeht. Wir starten jetzt direkt einmal rein ins Video. So, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Video. Ich bin Finn. Wir wollen uns heute in den On-Chain-Daten mal das Maya Multiple anschauen. Das Maya Multiple ist ja die Differenz vom Bitcoin-Preis zum 200 Daily Moving Average. Und hier sehen wir immer sehr schön, das 200 Daily Moving Average ist ja einfach ein sehr schöner Indikator, sag ich jetzt mal, dafür, ja, wo sich der Bitcoin-Preis in den letzten Monaten aufgehalten hat, sag ich jetzt mal. Und wenn der Preis natürlich darunter gefallen ist, befinden wir uns tendenziell in einem Bärenmarkt. Und wenn der Preis darüber ist, befinden wir uns tendenziell in einem Bullenmarkt. Das sehen wir natürlich auch hier unten dann an, dem wirklichen Maya Multiple, sag ich mal, immer sehr schön. Zu den Zeitpunkten, wo wir uns unterhalb befinden, sind wir, wenn wir uns kurzfristig unterhalb befinden, tendenziell kurz vor einem Bärenmarkt oder beziehungsweise kurz vor dem Boden, sag ich jetzt mal. Und dann gibt es meistens einen Zeitspann, an dem wir uns länger unterhalb des Maya Multiples befinden. So, was sehen wir jetzt hier zudem? Zudem sehen wir natürlich auch, dass das Ganze jetzt, sag ich mal, mehr oder weniger wiederholt hat. Wir haben 2021 hier beim Drop auf 30k das Maya Multiple deutlich unterschritten, also beziehungsweise den, Entschuldigung, den 200 Daily Moving Average deutlich unterschritten und dementsprechend war das Maya Multiple auch unter dieser Nulllinie hier. Und genau das zweite, gleich haben wir jetzt hier auch nochmal gesehen, nochmal zwei kleinere Dips unter das Maya Multiple sozusagen. Und danach haben wir hier, sag ich mal, nochmal den letzten größeren Dips, wo wir wirklich deutlich, deutlich unter das Maya Multiple gefallen sind. Man muss sagen, hier diese Linie ist, wie ihr natürlich seht, nicht genau der Nullpunkt, weil sonst werden wir hier, wenn wir jetzt mal, sag ich mal, hier hochgehen, würden wir ja sehen, wir sind hier immer noch unterhalb des 200 Daily Moving Average, wir sind aber trotzdem unter dieser Linie hier. Also das ist nicht genau die Nulllinie vom Maya Multiple, aber wenn wir sozusagen halt stark unter das 200 Daily Moving Average gefallen sind. Und was können wir jetzt daraus schließen? Wir könnten daraus schließen, dass wir dadurch, dass wir jetzt so weit darunter gefallen sind und auch vorher mehrmals kurzzeitig stark darunter gefallen sind, dass wir aktuell wirklich definitiv den endgültigen Boden für Bitcoin formen. Auch wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal 2019 nochmal anschauen, sehen wir auch hier, waren wir tendenziell am Anfang hatten wir die tiefsten Peaks, aber hatten wir auch die tiefsten Daily Closes. Jetzt hatten wir tiefsten Daily Closes etwas später, aber die tiefsten Peaks auch am Anfang und befinden uns jetzt schon seit einer gerauen Zeit deutlich unter dem 200 Daily Moving Average und mit dem Maya Multiple dementsprechend sehr weit unten. Das heißt für mich aus dieser Onchainedate ganz klar zu sagen, wir befinden uns aktuell in einem extrem guten Zeitpunkt zu akkumulieren, aber das Maya Multiple ist natürlich hier jetzt auch über mehrere Jahre. Also das ist jetzt nicht für den kurz- oder mittelfristigen Verlauf, sondern eher für den langfristigen Verlauf oder meinetwegen noch für den längeren mittelfristigen Verlauf, aber halt auf jeden Fall nicht für den kurzfristigen Verlauf. Das heißt, diese Onchainedate ist aber prinzipiell trotzdem extrem bullish. Zudem muss man auch sagen, wenn wir uns jetzt mal hier den Realized Loss and Profit Ratio anschauen, 14 Days Simple Moving Average, sehen wir auch hier, dass wir jetzt seit einer geraumen Zeit, sogar schon bevor wir runter auf die 20.000 abverkauft wurden, schon bei den 30.000 hatten wir einen negativen 14 Days Simple Moving Average beim Realized Profit Loss und das bedeutet natürlich für uns, umso mehr Realized Loss wir netto haben, umso mehr haben natürlich, sag ich mal, Leute, die nicht mehr aktuell in den Markt beliefen beziehungsweise Angst vor noch größeren Verlusten haben, umso mehr wurde da natürlich verkauft und umso weniger haben natürlich diese Leute, die vielleicht nicht langfristig an Bitcoin glauben oder zumindest kurzfristig Verluste absichern wollen. Und genau das führt natürlich dazu, umso länger wir jetzt, sag ich mal, noch diesen realisierten Loss insgesamt sehen, den Net Loss, umso wahrscheinlicher wird es natürlich, dass wir endgültig das Reversal sehen, weil einfach nicht mehr genug Verkaufsdruck da ist, um eben den Preis weiter tief zu halten. Und genau deswegen sollten wir uns jetzt auf jeden Fall, weil das natürlich hier alles längerfristige Analysen sind, unbedingt nochmal die kürzeren Analysen anschauen auf den Charts mit Liam, auf den kleineren Timeframes. Deswegen gebe ich jetzt auch sofort weiter. Ich verabschiede mich für heute. Okay, Leute, dann auch nochmal willkommen zurück hier zur Chartanalyse. Heute schauen wir uns mal Ethereum an auf jeden Fall. Und Ethereum ist ja in letzter Zeit etwas gefallen. Das kam ja auch durch den Merch. Nach dem Merch sind wir hier nochmal enorm nach unten hin weggebrochen. Das war ungefähr hier zu diesem Zeitpunkt, beziehungsweise mehr oder weniger kurz davor, kurz danach. Und dann sind wir nochmal enorm von 1780 runtergedammt auf 1250. Und das hat uns bis jetzt gut als Support gedient, eben weil wir hier vorher diese Seitwärtsbewegung zwischen 1250 und 1050 hatten. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was als nächstes beim Ethereum-Kurs passiert. Bitcoin habe ich noch so drin, weil wir ja meistens Bitcoin-Content machen. Und dementsprechend hatte ich hier ein Symmetrical Triangle eingezeichnet mit Breakout Target Short, weil wir hier abgeprallt sind. Das ist auch zwischenzeitlich passiert. Jedoch wurden wir hier wieder aufgekauft. Das war, glaube ich, an dem Tag, wo die Inflationsdaten von, beziehungsweise die Zinsdaten von der FED kamen. Und danach wurde das hier wieder aufgekauft, wo dieser komisch positive Tag, sage ich jetzt mal, dafür war, dass die Zinsen so stark angehoben wurden. Und dann war es trotzdem recht gut für den Kapitalmarkt. Alles ist grün gewesen, Aktien ebenfalls. Und jetzt kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wo wir uns jetzt mit dem Ethereum-Preis hinbewegen. Denn wie ihr sehen könnt, Leute, haben wir hier genauso wie hier auch einen Bereich, wo wir eine Support-Zone haben. Und zwar ungefähr zwischen 1240 und 1280 haben wir eine Support-Zone, die jetzt erstmal nicht durchbrochen wird von dem Kurs. Und jetzt würde es natürlich ein bisschen darauf ankommen, was wir hier wirklich als nächstes mit Ethereum machen. Und zwar haben wir bei Ethereum hier ja auch, wir können nochmal in den kleineren Time-Frame gehen, aber bevor wir da hingehen, möchte ich noch was anderes zeigen. Wir haben ja hier auch mäßig dieses W-Pattern, sieht ein bisschen anders aus als bei Bitcoin. Aber natürlich wurden wir jetzt hier auch von der unteren Linie unseres Symmetricals wieder rejected. Und es wäre für Ethereum definitiv notwendig, hier diese Widerstandszone hier, ich mache sie mal wieder rot, Denn es ist jetzt eine Widerstandszone, ups, nach oben hin zu durchbrechen. Denn solange das nicht passiert, ist Ethereum quasi dazu bestimmt, hier mehr oder weniger irgendwann nach unten hin wegzubrechen. Einfach da wir hier genug Retests hatten, die rejected wurden. Wenn wir uns hier mal die Bollinger-Bands anschauen, sehen wir auch, dass wir uns bei Ethereum hier natürlich gerade in einem Squeeze befinden. Ebenso wie bei Bitcoin. Und natürlich hier korrelativ, sage ich jetzt einfach mal, also korrelierend ein Breakout stattfinden wird. Wenn wir bei Bitcoin das fette Long-Breakout sehen, wird Ethereum das gleiche machen. Darauf können wir uns auf jeden Fall schon mal einstellen. Und dementsprechend auch hier bei Ethereum enorme Vorsicht geboten, da wir hier jetzt bald ein Breakout haben werden, in Bezug auf die Bollinger-Bands, die momentan sehr gesqueesed sind. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen in den Stundenchart, dann können wir dort auch sehen, dass wir hier bei Ethereum gerade ebenfalls wie bei Bitcoin so eine kleine Seitwärtsbewegung haben. Bei Ethereum momentan zwischen 1340 und diesen 1280 US-Dollar haben wir ja eben auch schon ein bisschen auf dem Daily-Chart gesehen, den sind wir jetzt schon oftmals unten angetestet, aber auch oben. Die Linie habe ich jetzt nicht eingezeichnet, aber ich denke, man kann das hier gut erkennen. Bei 1240 Punkten ungefähr. Ja, jetzt können wir bei Ethereum ebenfalls wie bei Bitcoin erwarten, oder konnten wir zumindest erstmal erwarten, dass wir einen Falling Wedge hatten. Aber Leute, das sieht mir hier zunehmend nach einem Descending Triangle aus, muss ich ehrlich sagen. Und dieses Descending Triangle hätte ein Breakout-Target bei ungefähr, wenn wir das jetzt mal einzeichnen, bei ungefähr 1270 US-Dollar und würde somit mal wieder ein WIG in diese Support-Zone reingestalten. Und dann müssten wir natürlich darauf achten, dass Ethereum hier nicht weiterfällt, beziehungsweise auf jeden Fall keinen Daily-Close unter 1280 Punkten hat. Also Leute, das war es wie immer mit der Ethereum-Chart-Analyse und ich wünsche euch viel Spaß beim News-Part mit Timo. Der nächste große Schritt für Ethereum steht bevor. Mit dem Shanghai-Update soll 2023 vor allen Dingen an der Skalierbarkeit gearbeitet werden. Aktuell gibt es bereits sehr, sehr viele Gerüchte und Kontroversen rund um dieses Upgrade. Wir wollen uns heute einmal gemeinsam im News-Part anschauen, was das Ganze für Ethereum bedeutet und was uns vor allen Dingen erwartet. Das Ganze wurde jetzt erstmals durch das Ethereum-Entwicklerteam offiziell angekündigt auf dem Twitter-Account. Unter anderem ist bereits jetzt schon das Shandong-Test-Netzwerk live gegangen. Auf diesem sollen jetzt erstmals die neuen Funktionen getestet werden, bevor diese dann später ins Mainnet implementiert werden. Sehr wichtig natürlich, 2023, Anfang des Jahres soll das Ganze live gehen und die wichtigste Funktion, die hierbei hinzugefügt wird, ist, dass die gestakten Ethereum, die bereits jetzt nach dem Merch, aber auch schon zuvor festgesetzt wurden, gelöst werden können. Das bedeutet, erstmals können wir die Auszahlung von gestakten Ethereum sehen, was natürlich auch nochmal sehr relevant für den Preis sein wird. Es kann auf jeden Fall sein, dass wir mit diesem Upgrade dann auch Abverkäufe sehen, da viele Ethereum-Investoren hier natürlich ihre Gewinne auslösen wollen, die sie vielleicht schon vor einigen Jahren investiert haben. Darüber hinaus soll, wie bereits gerade eben schon angesprochen, die Skalierbarkeit weiter verbessert werden. Dafür soll eine Dank-Sharding-Funktion eingefügt werden. Dabei sollen im Großen und Ganzen eigentlich nur die Nodes weiter zu kleineren Gruppen zusammengefasst werden, was dann eben die Geschwindigkeit der Blockchain verbessert und somit eben schnellere und größere Datenmengen über das Ethereum-Mainnet übertragen werden können. Somit natürlich auch probiert wird, an den Transaktionskosten und den Transaktionsgeschwindigkeiten zu arbeiten. Jedoch muss man aber dazu sagen, es könnte auch sein, dass erstmal mit dem Shanghai-Update nur eben das Lösen der gestakten Ethereum eingefügt wird, weil wir bereits jetzt schon einen Betrag von rund 18,6 Milliarden US-Dollar in Ethereum beim Staking sehen. Das bedeutet, es kommt sehr darauf an, wie schnell das Entwicklerteam arbeitet. Wir können uns aber sicher sein, dass auch nach dem Shanghai-Update auf jeden Fall weiterhin an der Skalierbarkeit von Ethereum gearbeitet werden wird. Das war es soweit vom News-Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns auf jeden Fall mal ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, jeden Tag konnte bis 14 Uhr. Bis morgen zum nächsten Video. Ciao.